Meine Damen und Herren, wir sind zurück bei DLC The Last of Us The Life Behind Wir sind gerade auf einer lässigen Shopping Tour Recht viel gibt es halt nicht mehr zum Einkaufen Geld haben wir auch nicht mit, aber ist egal Wir stellen sie einfach Gibt Dekker mehr, wo kein Richter, da kein Ah, wo kein Kläger, da kein Richter Nicht wahr Jo, mit unserer Freundin sind wir da unterwegs Die irgendwann einmal das Zeitliche segnen wird Ohne dass es zu viel dauert Weil es gebissen wird Hätte vielleicht jetzt einen Spoiler-Alarm machen Aber das weiß man eh, wenn man das Hauptspiel gesehen hat Und vorher sollte man sich in DLC nicht anschauen Ähm, Warnhinweis Das schauen wir sich an Äh, na das war das Falsche Pfff Von was warn der uns? Major Banks? Nein Wir haben nichts zum Essen und so weiter Die Mittel sind knapp Das Okay Also das Einkaufszentrum haben sie geplündert Von der Hütte dann wie Wie das ausgebrochen ist Weil keine Sicherheitsleute da waren Ist eh klar Also es stimmt Die ganze Stadt hat Strom Ah, Strom Du musst sie nur wieder einschalten Bei mir Das funktioniert niemals Mit was hab ich gesagt? Wo kommt der Strom her verdammt? Ah, ist das ganze das Hinterhaltlicht? Finden wir's raus! Und hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt hab, bevor ich wegging... ...und hab's nicht so gemeint. Wally... ...du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen! Mh... Oh man... Bist du bereit? Total. Was zeigt's mir jetzt, wenn sie's eh schon weiß? Einen Weihnachtsbaum? Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder in der Zukunft. Schrägstrich Vergangenheit. Beim Joey. Natürlich... Vielleicht zeigt's mir den Hubschrauber, hm? Wie zum Teufel komm ich da rauf? Jaaaa... Das ist das Einkaufszentrum. ... 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